scheiße da sind zivilisten dabei das heißt das was ich vorhatte funktioniert gar nicht los zu tun als zivilisten hinne genau das hatte ich nämlich vor das war schön geflasht älter so 100 prozentig dennoch auf dem klo noch mal weitere wir speichern hier immer mehr beim medikit was wie man halt nicht in die kabine reingucken kann weg jeder durch alles dicht ich weiß nicht ob es geholfen hat da werde ich wahrscheinlich später hinkommen es hat halt überhaupt nichts geholfen es sind halt immer noch da okay oder auch nicht vorwärts zum ausgang jawohl ersten abschnitt schon mal innerhalb von knapp zehn minuten geschafft da sollte ich vielleicht obwohl wenn ich die typen mit dem schaden was man jetzt mit der schalter abschießen würde macht es wahrscheinlich auch keinen unterschied sagen es macht so überhaupt keinen unterschied der schon mal tot wo ist nun mal zwei lauf jetzt so ist einmal es sieht bis jetzt ganz gut aus eigentlich wir haben lautlos und ohne großartig was was an leben zu verlieren haben wir hier die leute gerettet zack nee alter wie viel der hatten wir mir abgezogen gerade und er hört nicht dass er das eigentlich das kohle das war verdient alter ich gehe da jetzt wieder laut durch man das gibt es nicht du willst es nikki bikki like machen und du wirst halt einfach nur in den arsch getreten dafür ähm ganz kurz noch mal eine option rein ähm da machen wir halt er rein machen wir einen einzelschuss dann gehen wir in den zoom rein einmal auf fünffach äh äh fünffach zack zack und dann funktioniert es auch zack keine von den bösen Buben da ist eine da ist auch eine ebenfalls eine alter wie viele stehen da denn what the fuck alter das versuche genau der circa ey das war so gut das war mega top geplant eigentlich müsste eigentlich eine flashbang sein 3 zack 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 so schmeißen wir hier vorne noch mal eine hin wie du bist nicht blind wie könnt ihr nicht blind sein man ey was ist das denn für ein müll ich verstehe es nicht du schmeißt eine flash und die sind nicht blind du schmeißt eine verdammte flash und die sind nicht blind wie geht das wie geht das komm mach ich verstehe es nicht so ich hoffe mal dass das jetzt ein bisschen gesessen hat so wir safen mal ja hat gesessen hat gesessen kann ist akzeptabel kann man so akzeptieren so nehmen wir den noch weg und wir haben nicht wirklich viel leben verloren die zicken zappen zacken ziehen mir zu viel hp teilweise hat man keine ahnung was die für waffen teilweise haben dann kommen irgendwelche spackos einfach mal im eck gelaufen was überhaupt keinen sinn macht das ist ein guter junge bist ein guter junge teilweise hat man da gar keine chance du kommst drum bist halt schon instant down τ so ich helfen er trifft mich halt noch er trifft mich halt noch Warum schießt der denn Kopf auf mich, Alter? Ist der denn komplett des Geistes? Hallo. Ich bin auf dem Kopf drauf. Sind die Cops jetzt hier auch schon korrupt, oder? Ach nee. Nevermind. Alles zurück. Vergess, was ich gesagt habe. Die sind ja verkleidet. Er steht genau neben dem Ein-Schuss-Loch. Beziehungsweise genau neben den Einschlag. Und er stirbt halt nicht. Okay, da ist dicht. Da ist der andere Gate, wird wahrscheinlich auch dicht sein. Ah gut. Da ist mein Schuss hängen geblieben. Warum ist da mein Schuss schon wieder hängen geblieben? Ich verstehe es nicht teilweise. Huch. Ne, mein Ding jetzt will ich mir eigentlich noch aufsparen. Ich bin halt schon wieder komplett am Arsch. Ist so lächerlich. Und ich finde hier auch keine Medi-Kids oder sowas. Geh weg. Es ist halt so lächerlich gerade. Wie kann man denn so ein Spiel... Also das Spiel ist geil. Aber es hat gerade so einen hohen Frustfaktor. Mit dem... Mit den Leuten... Das ist unglaublich. So. Quick Save. Seht schon mal gut aus. Das heißt... Wir können erstmal wieder auf... Vollauto gehen. Keine Ahnung, wo er her kam. Ey... Ja komm, töt mich. Es ist teils... Keine Ahnung. So, diesmal wenigstens richtig... Richtig beprediktet. Und dann kommen die da an, Geschisse, Mann. Du hast keine Zeit mal, um in Ruhe deine Feuerrate umzustellen. Hey... Ja, natürlich ist der Terminal besetzt. Ja, es sind hier genug Terroristen, alles am Start. Aber trotzdem... Muss man nicht komplett übertreiben. So, schauen wir mal, dass ich jetzt mal in Ruhe nachladen kann. In Ruhe mal ein Quick Save machen kann. Und den Typen mal in Ruhe. So, nochmal ein Quick Save. Hey. Vor allem hier ist halt auch nichts... Doch da, ein Medikid. Immerhin ein großes Medikid. Das heißt, wir können nochmal es helfen. Du kommst aus dem Klo raus, bist instant tot. Du freust dich, hey, über ein Medikid. Und du bist halt instant tot. So, sofort. Ohne mit der Windbär zu zucken, bist du instant tot. Und ich bin froh, dass ich auch leicht spiele. Also, ohne Scheiß. Ich bin wirklich froh, dass ich auch leicht spiele. So, zack, zack, zack. So, wir müssen Quick Save mal. So. Und dann steht noch einer da. Ich würde ja... Nein, die... Okay. Hm. Könnte auch ein bisschen was mit der... Mit den Thermogoggles machen. Möchte ich aber im Endeffekt eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ein Ding ins machen. Eine Blendgranate. Wie die Schüsse halt irgendwo hängen, bleiben schon wieder. So. So, der ist auch Geschichte. 21 Schuss, das sollte noch reichen. Da ist der Exit. So. Flughafen Hangar. Wollen wir mal nachsachen. Nein, wir schladen erstmal nach. Halt. Ich wollte gerade sagen, als ob hier kein weiterer ist. Guck da, schon mal dicht. Ei, 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 ei. Also, das kann ja auch werden. Äh. Moment. Den du... Okay. Ich wollte gerade sagen, den du kriegen wir anlässt. Komme ich hier durch? Nein. Das heißt, wir stellen hier nochmal. Und dann werden wir hier ausgespuckt. Die Granate kannst du schön da lassen. Oder was auch immer er schmeißen wollte. 5. Würde sagen, hier oben durch, ne? Kommst du durch? Kommst du hier durch? Wo kommst du hier nicht durch? Okay, er kommt halt nicht durch. Ich habe keine Ahnung, was er da aktiviert hat. Turrets und so einen ganzen Kram haben sie nicht. Ach, ne Mikrowelle. Alter, was? Was? Ähm. Also, ihr habt gesehen, was ne Mikrowelle anrichten kann, wenn man drauf schießt. Ja, wenn man drauf schießt. Okay.